Wie jetzt break? Nein, neue Folge! Wo ist er denn? Chiki! 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 Chiki, hier ist Chiki. Nichts Chiki hier. Doch, hier ist Kampf, Chiki. Oh, Kampf. Ja, viel Kampf, viel eher. Er ist schon down. Oh Gott. Uiuiuiuiuiuiuiuiiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ist ein bisschen gemetzelt hier. Powered by Metzgar das. Das sieht schon wieder so aus, als wäre das hier ein Endkampf, so in der Form gleich ist das Spiel zu Ende. Richtig, und wir haben jetzt einfach einen Break gemacht hier. Eieieieiei. Aua. Weil, das könnte tatsächlich so sein. Hier ist irgendwo eine Kettensäge die ganze Zeit unterwegs. Oh fuck. Oh, hört nicht auf, es hört einfach nie auf, es ist fuck. Kann es sein, dass hier mehr kommen, weil wir zu dritt sind? Nee. Oh, komm Leute, 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 Leute. Ich bin hier am Ende dieses Gangs hier am Zugang, das ist schon Porno. Echt? Ja. Ich bin hier immer noch in der Mitte, weil hier sind Gegner. Ja, ja, hier auch. Guck doch mal, guck doch mal in die Richtung, was hier los ist. Du, ich bin tot gerade. Ja. Also Instant Death in zwei Sekunden. Du, ich bin tot. Du, ich bin tot. Ja, zwei Sekunden aushalten ist schon krass. Ja, 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 ja Probier's doch. Geht's? Ja, geht's. Tschüss. Tschüss. Ja, ich wollte es nochmal gesagt haben. Müssen wir ja noch eine Runde, was? Ja. Das war der Turm von Babel übrigens. Cool. Da hinten läuft einer. Nicht mehr. Lali-lu. Ich springe hier dazu. Tschiggy, komm. Tschiggy. Oh, oh. Ja, musst du mal irgendwas trinken? Ach, trinken. Okay. Ich dachte schon. Arena. Findet hier das Feiertags-Dinner statt? Hm. Wow. Alles schick. Alles schick. Tschüss. So. Bitte an, denkst du schon, boah, die rushen aber auch durch hier. Ja, echt. Also nicht, dass uns da wieder vollgeworfen wird, wir rushen hier, ne? Mhm. Wir rennen hier bloß hinterher. Was? Mhm. Also, wir haben ja schon massig Secrets hier gefunden, ne? Massig. Massig. Ding, 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 ding. Ich habe auch nur 46 Nachrichten, die ich nicht gelesen habe. Ja. Du hattest was im Rücken übrigens. Danke. Bitte. Aua. Halt. Was? Ähm, Tschiggy? Mhm. Ich habe Angst. Äh, geht nach unten, ne? Und eine Uhr tickt. Ach, guck mal. Oh. Ich renne. Mega Speed. Haben wir jetzt irgendwas gerufen, oder so? Oh, ich bin tot. Ich habe keine Ahnung. Geheime tödliche Zwerge aktiviert. Was machst du denn? Ich bin, ich bin, ich fahre nach oben, ne? Äh, cool. Ich bin nach hinten. Oh. Hier bist du die beiden Schalter drücken, da fährt der Fahrstuhl nach oben. Ganz einfach. Ich wollte es auch erst nicht glauben, aber es hat funktioniert. Welcher Fahrstuhl denn? Na, da ist doch unten, da ist doch ein Fahrstuhl. Ne. Oh. Hier ist ein Teleporter, den nehme ich einfach. So. Da kommst du zu mir deswegen. Habe ich für dich hingestellt. Danke. Bitte. Und jetzt? Wo bist du? Ja, hier bin ich. Ah. Gott. Hier runter. So. Oh, super. Es läuft wie geschnitten Brot hier. Hm. Ui, ui, ui. Oh. Oh, hier ist dunkel. Ich komme. Da ist ein Licht. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui Oh Gott Oh, ich bin tot Achso, hier steht einer direkt vor mir Oh, cool Ich bin durch Was war das denn? Irgendwie was Sniper mäßiges Aua Der schießt mich Analyse Aua Was aber hier werden alle drei Tafeln Toll So Wo sind denn die drei Tafeln? Was? Wo kommst du denn hier? Wo war das denn? Fehler, einfach runter zu gehen? Ja Wo ist denn einfach runter? Hier da, wo das grün ist Wieso? Hast du was getriggert oder wie? Ach, da hinten sind doch die Tablos, oder? Sind das jetzt die hier? Diese Riesendinger? Keine Ahnung Das müssen wir damit machen Kaputt Oh, komm Ach, komm Ach, komm Das ist einfach nur schlachtfest hier. Ja. Hui. Oh, was ist das hier? Oh, cool. Ähm, Cheeky? Mhm? Ich hab hier ein Secret gefunden. Okay, keine Ahnung, tut mir leid. Ich bin 400 Kilometer von dir entfernt. Ich hab hier, äh, äh, ein Filmset gefunden. Scheiße, toll. An der Strippe hängt ein UFO. Das schwebt über... Oh, mit Miniatur-Monster. Das ist das UFO, was wir in Teil 1 angegriffen haben. Och, und wir sehen das nicht. Ich hab hier das blöde Tableau gefunden. Oh. Oh, da steht ein Miniatur-Serious Sam da unten. Ist ja geil. Oh. Wenn du, wenn du in das große Dings, äh, rin kommst, ähm, an der Seitenwand ist ein Loch. Ich geh mal zurück. Yeah. Wenn ich's überlebe, weil hier ist echt übel. An der, an der Seitenwand, ähm, ist, ist, äh, ein Loch drinne an der Seitenwand. Also, rausgeschlagen. Da ist nämlich einer von diesen, diesen Bullen rein. Ich komm hier auch gar nicht mehr raus. Na toll. Naja, musst du bei mir auf dem Video gucken. Auf dem Kanal. Da steht er nämlich. Ist ja krass. Das ist, das ist eine Szene aus dem, aus dem Endkampf gegen den riesengroßen Höllenfürsten. Mit der riesengroßen Satellitenschüssel im Himmel. Cool. Das ist cool gemacht. Kann man hier was kaputt machen? Ja, kann man. Okay, jetzt braucht man sich nicht mehr angucken. Ist kaputt. Och Mann, ich wollte da hin. Was soll das? Hast du es schon gefunden? Ja, entschuldige bitte. Ich muss mich hier durch diese scheiße Monsterhorden kämpfen. Warte mal, ich, ich guck mal, ich guck mal, ob ich wieder zurückkomme. Hier. Hier ist es. Wo, wo, wo seid ihr? Ähm, ich bin wieder zurück. Du bist auch noch 100 entfernt hier von mir. Wie gesagt, ich komm hier nicht raus. Ich versuch's so schnell wie möglich. Ist das bald mal gut hier mit den Gegnern? Mit Nerv. So. Er ist hier raus. Was? Der greift mich an. Warum kann ich hier nicht raus? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wer hier Feuer hat. Also, du bist jetzt hier nur noch 100 entfernt. 140. Ja, aber ich komm hier irgendwie nicht raus aus diesem Scheiß-Labyrinth-Ding. Das feuert aus den Wänden hier. Ah, okay. Jetzt bist du 200 entfernt. Ah, da geht's auch nicht weiter. Ah, da geht's auch nicht weiter. Also, da geht's schon weiter. Aber ich komm nicht mehr zurück. Scheint hier, äh, ein One-Way-Ticket gewesen zu sein. Okay, das heißt, ich muss zu euch irgendwie noch rankommen, wa? Ja. Weil die treffen mich durch die Wände. Weil wir sind jetzt auf der Rückseite von diesem Kack-Ding. Ich überleg grad, wo ich lang muss. Hm. Oh, das hört nicht auf. Die komm ich auch gar nicht durch. Ich wüsste, wo ihr lang seid. Kannst du ja nicht spawnen irgendwie? Nee, ne? Warte mal, ich glaub, jetzt komm ich... Nee, jetzt bin ich an der linken Seite. So, ich hab jetzt schon das zweite Tableau. Ja, hier habt ihr, glaub ich, das erste Tableau geholt. Aha, aha, okay. Ich, ich folge eurer Spur gerade. Ich vermute, wir kommen wieder in den Raum rein. Also, keine Sorge. Warte, ich bin hinter euch. Ich bin hinter euch. Da seid ihr lang. Nee, da seid ihr nicht lang. Ach, hier seid ihr. Boah. 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 Sehr gut. So, hier gibt's das letzte Tableau. So, ich will das mal. Okay. Wo ist es denn? Ach, da hinten ist es. Geil. So, wir haben drei von drei Tableaus. Sehr gut. Jetzt können wir noch die Gegner hier besiegen. Au, 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 au. Quatsch. Weißen hier Quatsch. Äh, falsche Waffe. So, süß da. So. Wo bin ich jetzt? Äh, Moment, ich komm hinterher. Warte, Chigi. Ich glaube, ich bin jetzt hinter dir. Okay. Hier sind die alle sowas von egal. Wir müssen einfach nur... Aber wahrscheinlich... Oh. Was war das denn? Hast du das gerade auch gesehen? Ja, so einen riesen psychodelischen Frosch habe ich gerade gesehen. Ja, der wird gleich hier kommen wahrscheinlich hinter der Tür. Aua, aua. Was? Ich gehe hier weiter. Geht's denn schon weiter? Ja. Ah, wir sind wieder da. Jetzt komm mit. Ich zeig dir, wo es lang geht. Oh Gott. Und dann weitergelaufen. Ja, ich seh dich. Aua, aua. Und zwar, guck mal da drüben. Wo? Ich versuch gerade rüber zu laufen. Hier drüben siehst du das Tor. Ja. Darin. Leider ist das ein bisschen kaputt schon. Wow. Du hast alles zerstört. Ja, nee. Hier stand eine große Pyramide noch. Guck mal. Wenn du jetzt nicht hierher gehst, dich duckst und mal hier hinguckst, ganz genau, musst du mal hingehen. Oh, sorry. Ich habe die Zeit genutzt, um das jetzt weg. Ja, ja. Komm mal her. Duck dich mal und ganz genau hingucken. Ach, witzig. Das ist die Endsequenz hier, ne? Genau. Und da steht noch Sam. Der feuert gerade. Ach, das ist ja lustig. Cool. Oh, was? Oh. Cool. Kann man wegmachen. Sehr cool. Ja, das nur mal so nebenbei. Mega cool. Na gut. Das war's. Das war ein Secret jetzt. Titan ist wahrscheinlich schon wieder beim Endkampf. Huch. Wie kommst du denn hier hoch? Also, ich würde jetzt präfer... 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 rieren, dann da oben hier zu diesem komischen Ding zu gehen. Ich bin drin. Oh, ich auch. Hoi. Direchtsbesuch. Oh, oh, Firefox. Das ist eine sehr große Arena. Mhm. Mit komischen Apparaturen an den Wänden. Äh, was ist das da? Chiki, was ist das da? Watt denn? Das ist da oben. Das da? Äh, weil ich es hört. Ich befürchte, das hat irgendwas mit diesen Dingern verbringend. Oh, oh. Oh, Wänden sind. Hast du mal analysiert? Da ist der Boss. Der Boss ist aktiv. Oh, Gott. Oh, tot. Bin ich alleine, der jetzt kapfeuert hier, oder? Jo. Was auch immer das für ein Vieles. Frag mich, wie wir es platt machen können. Irgendeinen Trick gibt es da bestimmt. Müssen wir diese Teile hier zerstören? Jo. Welche? Guck mal, hier diese Teile kann man zerstören. Kann man? An den Wänden. Echt? Aber zu welchem Zweck? Was machst du mal, der kaputt? Ähm. Ach doch, da. Ja, jetzt ja. Ah. Haben die jetzt alle kaputt? Ich glaube, ja. Irgendwie hinterlassen wir kaum Schaden, du. Jo. Ach, die gehen noch mehr kaputt, ne? Jetzt ist es richtig kaputt, hier. Die sind noch nicht komplett kaputt gewesen. Ah, okay. Aua. Aua. Haben wir sie denn jetzt kaputt? Ja. Aber es geht trotzdem nicht weiter runter. Ich hab keine Ahnung. Du, so viel Munition haben wir hier gar nicht. Was? Äh, ich guck mal hier. Ah, ein Arm ist ab. Ein Arm ist ab. Ach so. Vielleicht müssen wir nur erst mal auf die Arme schießen. Ja, du triffst sie aber nicht direkt. Oh, das Feuer, das zieht gut. Wuhu. Jawoll. Aua, 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 aua. Oh. Gleich ist es scharschlich. Hoffentlich. Ja. Burn, baby, burn. So, jetzt kann er nichts mehr machen. Oh doch, kann er. Ja, jetzt Laser strahlen. Oh, schon wieder tot. Gleich haben wir es. Aua. Gleich haben wir es. Ich hab keine Muni mehr. Gleich. Und 2, 2, 1, 2. Ja, baby. Riesen-Modden-Biest. Mach die Tür auf. Halt da, da. Da. Erster. Die Zitadelle. Oh, jetzt muss ich aber länger Pause machen, du. Das war schwitzig. Mal schauen, ist ja auch schon Schluss. Nee. Nö. Ist noch nicht Schluss, das heißt, wir machen hier mal einen Break. Und ich denke, auch mal einen längeren Break. Genau. Wir gehen einfach rein. Genau. Und mal gucken, in der nächsten Aufnahme-Session und Stream geht es dann wieder weiter. Genau. Oder? Ja. Würde ich mal sagen. Schwierig gerade, was das für ein harter Cut ist, ne? Also wir waren ja gerade noch in, wo waren wir gerade? In Marrakesch? Ja, irgendwo in Suhelihausen, ja. Und jetzt sind wir auf einmal hier, wieso? Es gibt keine Zwischensequenz, es gibt keine Erklärung. Ich glaube, das liegt aber an der Series Sands 2017 Beta-Dings hier. Vermute ich mal ganz stark. Gut, ähm, ja, vielen Dank fürs Zusehen und, ähm, ja, bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.